Für uns als AfD ist jeder, wirklich jeder, herzlich willkommen und kann sich auch einbürgern lassen, wenn er sich positiv in die Gesellschaft einbringt. Natürlich, das ist unser Konzept, aber keine illegale, irreguläre Zuwanderung. Und darum, liebe Freunde, müssen wir zurückkehren zur Ordnung, um den Menschen eine Perspektive zu geben, dass sie wieder stolz darauf sein können, Made in Germany zu produzieren, dass wir wieder wer sind in der Welt. Ich bedanke mich herzlich. Ich habe Habeck gefragt, wie viel denn eine Billion, also eine Eins mit wie vielen Nullen hat. Weiß ich nicht. Hat natürlich nicht gesagt, aber es ist immer so dieses Umdrucksen. Wissen Sie, sobald die erste Zahl bei diesen Leuten ankommt, ist immer so verschämt dann so, dann wird weggeguckt, bloß keine Zahl jetzt. Keine Zahl. Ja, eine Billion. Das ist eine Eins mit zwölf Nullen. Fast so viele Nullen, wie in dieser Bundesregierung sitzen.